Vor dem Parlamentsgebäude in der britischen Hauptstadt London sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Ein Reuters-Fotograf berichtete von mindestens einem Dutzend Verletzten auf der Westminster Bridge vor dem Gebäude. Das Parlamentsgebäude wurde abgesperrt. Die Polizei bestätigte einen Einsatz beim Parlament. Die U-Bahn-Station Westminster wurde auf Bitten der Polizei geschlossen. Das teilten die Londener Verkehrsbetriebe mit. Der mutmaßliche Angreifer ist nach Angaben des Parlaments angeschossen worden.